Musik Willkommen bei der Geige und bei der Bratsche. Das war die Geige. Musik Das war die Bratsche. Die Geige ist ein sehr bekanntes und sehr beliebtes Instrument. Die Bratsche ist weniger bekannt. Als ich mit Geigen anfing, wusste ich nicht, dass es Bratschen gibt. Die Bratsche ist größer als die Geige. Aber deswegen muss man nicht denken, dass nur große Leute Bratsche spielen können. Ich bin zum Beispiel nicht groß. Man kann im Prinzip beide Instrumente lernen. Aber die meisten legen sich gerne auf ein Instrument fest, weil trotz der Ähnlichkeiten fühlt man sich doch sehr verschieden. Es ist vielleicht vergleichbar mit dem Unterschied zwischen einem Rennrad und einem Mountainbike. Für die Kinder gibt es kleine Größen. Das ist so wie bei Schuhgrößen. Größe 37, Größe 32. Das zum Beispiel ist eine Kinderbratsche. Bei Kindern machen wir nicht den Unterschied, dass jemand, der Geige lernt, ein kleineres Instrument spielt als derjenige, der ein groß eine Bratsche lernt. Wir schauen darauf, dass die Instrumente von der Größe zu den Kindern passen. Wer zum Beispiel Geige lernt, der würde eine Geige auch in dieser Größe spielen. Das wäre zum Beispiel eine gute Größe für sieben- bis achtjährige Schüler. In der Musikschule Rosenheim beginnen wir mit dem Geigenunterricht in der Regel im Alter von sieben Jahren. Auf der Bratsche im Alter von acht Jahren. Ein früherer Anfang ist in Ausnahmefällen möglich. Das entscheidet die Musikschulleitung. Die Geige und die Bratsche haben einen großen Vorteil, gegenüber dem Klavier zum Beispiel, oder auch dem Kontrabass, dass man die Instrumente mit sich herumtragen kann. Das ist bequem. Man hat immer sein eigenes Instrument dabei und ist nicht auf fremde Instrumente angewiesen. Es hat aber auch einen Nachteil. Die Instrumente sind empfindlich und dürfen nicht so herumgeworfen werden. Man kann mit der Geige zum Beispiel nicht so schön abends am Lagerfeuer spielen wie mit der Gitarre. Geigen nehmen das gerne übel. Eine wichtige Frage, die oft gestellt wird, ist, macht es einen Unterschied, ob man Links- oder Rechtshänder ist? Bei vielen Instrumenten gibt es diesen Unterschied. Es gibt zum Beispiel für Linkshänder spezielle Gitarren, die man andersrum hält. Das gibt es für Geige und Bratsche sehr, sehr selten. Und meine Meinung dazu ist, eigentlich ist es egal. Ich zum Beispiel bin Rechtshänder, deswegen fällt mir das Streichen leicht. Aber wenn ich mir anschaue, was meine linke Hand beim Geigespielen leistet, dann wundere ich mich, dass ich sonst mit meiner linken Hand nicht einmal Zähne putzen kann. Für Linkshänder wäre es genau umgekehrt. Linkshänder tun sich mit dem Streichen ein bisschen schwerer, aber man sieht deutlich, dass es Ihnen leichter fällt, auf der Geige mit den Fingern zurecht zu kommen. Deswegen ist mein Rat, machen Sie sich darüber keine Gedanken, ob jemand Links- oder Rechtshänder ist. Es macht keinen Unterschied. Wie Sie gerade gesehen haben, kann man auf Geige und Bratsche auch mehrere Töne gleichzeitig spielen. Aber das ist natürlich nicht der Normalfall. Der Normalfall klingt zum Beispiel so. Zum Vergleich spiele ich jetzt mal dieselbe Melodie in derselben Tonhöhe auf der Bratsche. Wenn man auf dem Instrument schon ein bisschen was gelernt hat und ungefähr ein Jahr Unterricht hatte, bietet die Musikschule Rosenheim sehr viele Möglichkeiten in Ensembles mitzuspielen. Für die kleinsten haben wir das Suzuki-Orchester und für die größeren gibt es dann noch mal drei andere Ensembles. Jetzt wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in und mit der Musikschule Rosenheim.